Wir von Vodafone glauben natürlich an eine Zukunft, in der der Geschäftserfolg nicht auf Kosten der Umwelt geht. Deshalb versuchen wir eigentlich alle Produkte und Rohstoffe, die wir nutzen, zu recyceln. Daraus ist dann die Idee geboren, dass wir auch aus unserem Werbeplakat diese Taschen fertigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017